So, hallo, herzlich willkommen, heute eine Runde, All for One hieß das, All for One Mirror Mode, League of Legends mit Six und wir spielen mit Guppi mal wieder, seit langer Zeit. Hallo. Und jetzt werden wir nur Bomben sehen, überall Bomben. Mal sehen, wer besser mit seinen Bomben trifft. Wer hat eigentlich Six gewählt? Ja, das waren sogar wir, also ich zumindest. Werde alles abstrecken. Wir hatten gerade eben schon eine Runde, da haben wir Zett gespielt, haben das lustigerweise gewonnen, obwohl der Gegner der Einzige war, der Zett gepickt hat, also einer im Gegnerteam. Und wir haben es trotzdem gewonnen, weil Guppi und ich, wir sind einfach beide auf, nicht Full-Tank, aber auf sehr tanky gegangen mit Leben und Arme und dann Atmas hinterher, also bei mir zumindest ein Atmas hinterher. Hat funktioniert. Während der Gegner halt auf Full-Damage gegangen ist. So, geht bestimmt, wenn der bei 70 ist, los oder sowas. Oder bei 80. Wisst ihr, bei 76 ging's los. Bomben, Bomben. Doch, ich nehme mal den W. Ich skill den mal. Ups. Das wäre noch zu viel. Brauche auf jeden Fall. Oh, Moment. Mal anabholen, nehme ich auch noch mit. So, wo bist denn du? Da. Bleib mal stehen. Okay, wirklich. Hahaha. Wie das auf dem Gegner auch noch so geht, wird's echt lustig. Springt hier alles nur noch durch die Kante. Sehr gut. Das ist schon ein Minenfeld. Ne, funktioniert aber bei dir, ne. Der hatte gerade so ein Ding unter dir. Funktioniert nur bei Verbündeten. Hier, flieg. Hahaha. Ich würde sagen, es hat mich in die Wand gehauen. Hast du es gesehen? Das ist so assig. Der Typ ist unten einfach mal die Gegner reingeschmissen. Die Kurs, I can. Pff, so viele Wienfelder. Wie ist das, wenn da auf die andere Seite kommen? Hahaha. Wenn die Wienfelder wieder auslaufen, das dauert aber ewig. Au. Ja, ne. Funktioniert nicht, würde ich sagen. Also funktioniert, glaube ich, ganz normal. Ich habe ein Last-Hit. Way. Da ist schon der erste hier gezündet. Wupsaloppa. Da hat jemand auch nicht getressen. Warum? Ich habe da ist einer vorgesprungen. Wuhu. Ich habe eine erste Auto-Tech. Oh, schon mal Mana Allah. Ich bin da fett. Haha. Der PS-CC kann es schon mal nie, würde ich sagen. Oh, das war knapp. Oh, wieder knapp. Mein Mana ist alle, fuck. Meine Mana potzen auch alle. Zwei Leute, Auto-Attack auf einen. Das ist auch fett. Das ist auch fett. Uuuuuh. Uups. Auto-Dodge-Bombs. Never. Ja. Hier gibt es kein Leben unten, oder? Das habe ich mir gerade geholt. Ja. Im Mana wäre es ganz cool gewesen. Oh, he lost it's. Der kassiert. Schön, dass ihn gibt auch noch Vision. So, vielleicht doch den W-Skill. Oh, da kommt der erste Ulti. Interessant. Okay, funktioniert doch. Der fliegt genauso wie alle anderen. Ich hab nämlich grad voll zurückgeschmissen. Wenn die Hunden hinter uns werfen, ist das nicht so sinnvoll, oder? Ne, die haben auch hinten auf die Low-Leute geworfen. Daher macht das schon ein Stück weit Sinn. Schön, was für Mana hier. Ich hab ihn nur gekillt. Au. Au. Dann haben wir ja auch Tanki-Ball. Wär vielleicht gar nicht so ne Idee. Road of Ages und sowas. Ist ja nie so schwer. Also grad gegen RPs ist wohl noch effektiver. Meins nie. Ne. 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 Da ist er doppelt weg. Haha. Ich baue mal Road of Ages als erstes. Gebt mir jetzt nicht so viel Instant-Damage, aber dann über die Zeit wahrscheinlich. Dass ich zumindest eins mal hab, dass ich nicht ganz so squishy bin. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum meine Frames haben die gerade auf 60 gelockt. Naja. Wartet auf mich! Ich will mit! Ups. Bomben! Bomben! Überall Bomben! Ah, ich hab's schön vorbereitet. Nice. Hier ist das. Hammer! Boah es ist echt? Ulti! Ah der ist immer noch nie tot! Ulti! Nein der ist immer noch nie tot! Oh oh! Oh oh, oh 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 Wuhu, wuh, der hier hat geholfen Er kommt aber da über drei Ultis geflogen hehehe, I feel like a doubt Buch, das war irgendwie falsch, das wollte ich nicht hin Wuh, bin ich da Ulti ausgewichen Dodge da Ulti mit meinem W fett ihn doch mal holt ihr hin wenn du mal aber raus ein kriegst du wenn du willst ja was jetzt hat der psdc mit vollem leben den genommen den unten zwei bräuchte wir uns verbunden hier über grüne er ist mit blau aber trotzdem also den blau ja ich hab den farbenblinden muss glaube ich aktiviert ich bin ja auch selber bei mir gelb und die grün wenn man das ja deaktiviert eigentlich schon ja auch mal drin da war es aber knapp kumpel da war es aber knapp kumpel da kommt bomben geflogen bäm meine wuch wow da kommt dann noch eine mega bombe angeflogen fuuuuck die red of eight ist auch ein mana, ne bloß ein mana an sich aber kein mana wäckern dc hat's glaub ich nie so drauf ne so gar nie muss ich mal sagen bäm also auf dem händlichen fliegen die zig gegnerischen auch mehr als normale charaktere das ist schon 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 festhalten und hat Ja, ich frage die sind die blöden Bomben immer noch. Wow! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oops. Woop! Au. Dumme Idee. Mal wieder leben. Leben, 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 leben. Nice. Wir machen hier Triple Kill. Wer war'n das? Der Aldi, Aldis war das. Der Six, oder? Nee, nee. Das war kein Six, definitiv nie. Kann überhaupt nie sein. Oh, jetzt muss ich dann erstmal mein Wees nehmen. Aldi ist ohne Rampage. Nice. Yes! Weee! Mine up! Cool guys, don't look at explosions. Nice. Oh shit. Oh Gott. Aber Gubi dann doch mal tot. Woop! Das war ein Flash. Das war ein Flash. Bob! Wer war da hinten noch? Da unten ist Heide Oh, bin rausgekickt Au, fuck Die Bombe hab ich nie gesehen Erstmal Boots kommen wir Bisschen mehr Penetration ab Boss kennt Rod of Ages Bei Schaden entschieden Ability Power und Magie Assistenz Den Gradabschluss ist auch schon her, Athins So weit komm ich nie Toad jetzt so weit Oh, bei mir liegen Restbomben rum Ist ja immer interessant Oder ist es da wo Leute gestorben sind Woop 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 Oh, wen hab ich denn da noch erwischt Ist ja mal interessant Du hast da ein Enemy Ich weiß gar nicht wovon Aber okay Ich nehm's Okay der Modus ist glaub ich ziemlich Beschleuert Mit Six Oder generell Generell ich weiß gar nicht Gibt's aufs Enggebe Mit dem's nie ganz so Also andere Fotodäger waren ja Nidali Velcos Braum wär interessant glaub ich Ja Also ich glaub die Tanks Werden glaub ich wirklich sinnvoller Oder? Als alles was burstet Naja Muss halt Tanki bauen dann Deswegen bin ich ja der Meinung So was wie ein Road of Ages und so Bringt schon ordentlich was Ist interessant ich hab trotzdem Egal Woop Niemann Assist bekommen Steht auf jeden Fall oben mit jemand drin So You have slain an enemy Double kill Double kill Yay Nicht bewegen Marco Nicht bewegen Warte mal kurz Also ich hab ja kein Weg grad Ich wollte grad helfen Woop Oop Ok 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 Killing Spree Ich kriege gerade das Hound Bugs bei mir rein. Oh, das ist unschön. Ich habe gerade irgendwie drei Bomben hier ticken auf einmal gehört. Die fliegen nicht so weit, die Bomben. Komm, die nächste Ulti habe ich angeflogen. Da hat er aber Ende seine Ulti nicht gewünschtet. Wieso auf dich oder was? Da hat man hier von PSCC mich gerettet. Also wirklich gerade gerettet. Der da unten steht da noch so schön rum. Ja, ich habe es ja probiert, aber da war schon wieder eine Ulti auf dem Raum. Perfekt. Der da unten steht, der da unten steht. Ich habe es ja auch. Ich habe es nicht gesagt, ich habe eine Ulti. Interessant wäre das ganze jetzt noch mit dem Cooldown mit Action. x10 mal alle was keine kursen was nur noch aus und das schmeißt wirklich nur erst um alle 80 kursen auf sich der so stoff der map stark Ich steh ruhig auf 10, 5, 15. Wie steht's bei dir? 9, 6. Der 1. Bam! Ich war gerade mal meinen Benjis für draufgegangen. Was sind Benjis? Joop. Nein, du warst wirklich Stinky. Sag ich doch. Die können auf mich rumhacken, wie sie wollen. Passiert nicht viel. Oder ich kann auch mal hier durch so ein komisches Minenfeld laufen. Da passiert halt nicht viel. Da kamen wieder meine Benjis gerade. Das ist echt geil. Huch. Den wollten sie. Den wollte ich. Aber der ist nie gestorben. Fuck. Ich bringe echt so viele Ultis. Das ist ja übel. Übrigens, hier oben steht nochmal einer, ne? Musst du aufpassen. Oh, was? Boah, ich hab 1200 Schaden von Six bekommen. Ach nee. Wahnsinnbomb. Wie könnte das so passieren, dass du so viel Schaden von Six bekommst? Ich würde sagen, das Benjis ist echt ne geile Variante. Ich glaube, das war ich als nächstes auch. Also, durch die ganzen abgehaltenen Sachen dann. Ich glaube schon, das World of Ages bringt es echt. Naja, das ist jetzt zu spät eigentlich zum Bauen, ne? Ja, ja, jetzt nicht mehr, aber... Boah, von dir eine ganz gute Entscheidung. Killing Spree. Double... What? Aber nicht von mir. Aber ich baue auch mit any World of Ages, wenn ich ein bisschen tanky gehen will. Nope. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein Waste. Oh, bin da drüben. Ich war ja gar nicht in der Ulti drin. Wow, in der Ulti könnte ich nicht reinkommen. Wow, schon wieder ein Ulti. Wow, schon wieder ein Ulti. Wow. So, ich bin gerade hin und her geflogen. What the fuck? Ich bin irgendwie der Insider, der hier gerade noch überlebt hat. Wow. Wow. Rampage. Rampage. I'm on the Rampage. Aber ich habe über 100 Lastsits, ne? Ich habe 108 Lastsits. Ich habe auch 4K Gold gerade. Unstoppable. Heist. Geht scharf. Ach. Hier. Ja. Da ist jemand nicht zur Seite gegangen. Wupp. Da hat jemand meine Taktik gekopiert hier. Schweine Rai. Geht schliegut. Praktikopieren ist gemein. Wow. Wuhh. haul. Gin. 被害本当 är. LenU 140. Da alterissez dich wieder mit dem Samo kannst. Oh yes. Triple kill. Habe ich sie schon runterge-fated, so zu sagen. Wir haben da keine Dauer verloren, die haben... Inhalt auch wieder durch, ja. Nur noch ein nächstes Turret. Das könnte man vielleicht gewinnen. Könnte man gewinnen. Ich steh mir noch um 15.5, aber inzwischen 15.5 und 19. Oh, jetzt hab ich mich irgendwie falsch geschmissen. Fuck. Wir treffen mich mit dem Bomben lustigerweise nicht so richtig. Jo, das sieht noch ein wenig aus. Noll, hab ich wegge- Arsch. Hast du das? Das war aus Versehen. Ich hab's einfach da hingelegt, falls der Freund einer kommt. Und hab's dann vergessen, abzumachen und du standst drauf. Geil, ich hab trotzdem den letzten Hit auf den Nächstes bekommen. So schnell geht's, ne. Ich hab nur versucht den Typen zu killen, da. Also Six find ich lustig, ich komm mir dem gut klar. Ja. Auf jeden Fall lustiger als Seth. Ja. Ich hab's mit mich Unter. usuorar tit. ist ein Curso wichtiger ist nicht. I Ban. Vielen Dank.